Also Kitzeldeck ist ein Unternehmen, das mit der Zeit gewachsen ist und sich toll entwickelt hat und damit einhergehend natürlich auch andere Herausforderungen bekommen hat. Die Herausforderungen, die wir zu meistern haben und die wir als Herausforderung auch angenommen haben, das sind zum einen die hohe Qualität, die wir bisher erreicht haben, beizubehalten und noch zu steigern. Das zweite war die Kommunikation, Kommunikation mit Eltern und Mitarbeitern. Und das dritte, das war an und für sich zu sehen, wie kann ich den administrativen Aufwand minimieren bzw. meistern, die ein Wachstum mit sich bringt. In der Vergangenheit war es so, dass wir sehr viel mit E-Mails, mit Excel-Lateien, mit Post-its gearbeitet haben, also sehr, sehr viel Handarbeit, die im Hause dazu geführt hat, dass es zu Missverständnissen gekommen ist, zum Verlust von Informationen und das wollten wir eindämmen oder auch bereinigen und daher haben wir uns für Parent entschieden. Parent hat bei uns diverse Veränderungen herbeigeführt und auch zum Positiven. Zum einen sind wir einen ganz großen Schritt weitergekommen zum papierlosen Office und zu einer schnelleren Kommunikation. Wir haben jetzt alle Daten an einem Platz. Das heißt, dadurch, dass wir die Informationen über eine Plattform abrufen können, können wir sehr schnell zielgerichtete Entscheidungen treffen für das Unternehmen und haben auch jederzeit den Überblick über das Unternehmen. Ein weiterer Punkt neben dem Überblick und die zielgerichteten Entscheidungen ist einfach, dass wir auch von der Kommunikation her zielgerichtet an bestimmte Gruppen die Informationen geben können, für die sie relevant sind, um daraus dann auch eine Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Und als dritten Punkt, den ich sehe, ist das intuitive Behandeln der Plattform. Ich habe einfach die Möglichkeit, mit zwei Knopfdrücken einen sehr qualitativ hochwertigen Elternbericht zu erstellen, was bei den Eltern auch zu einer sehr großen Zufriedenheit geführt hat und auch dazu, dass die Leute gesagt haben, hey, so wünsche ich mir die Informationen. Klar strukturiert, aufbereitet und die Mitarbeiter haben Zeit, sich um die wesentlichen Dinge, nämlich die Entwicklung des Kindes zu kümmern. Überraschend für mich war die Offenheit und die Schnelligkeit von den Mitarbeitern von Parent. Es ist so gewesen, dass wir als Unternehmen spezielle Anforderungen hatten, auf die sehr, sehr schnell eingegangen worden ist und die auch rasend schnell umgesetzt worden sind. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, mitzugestalten. Mitzugestalten in dem Sinne, dass wir das auf unsere Einrichtung anpassen konnten. Und diese Offenheit und diese Bereitschaft, sich anzupassen oder auch mitzugehen, das hat uns positiv überrascht und auch sehr zur Freude geführt. Ich persönlich würde Parent keine anderen Kita empfehlen, weil wir für uns einfach festgestellt haben, dass es ein super Instrument ist und wir uns dadurch vom Markt natürlich absetzen können. Und wenn ich doch mal über meinen Schatten springen sollte und eine Empfehlung aussprechen würde, dann würde ich sagen, wenn ihr die beste Software am Markt haben möchtet, dann müsst ihr Parent nehmen. Ich glaube, Zweifel kommen immer auf, wenn etwas Neues kommt. Ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen. Und wir haben für uns einfach festgestellt, wir kennen die Leute von Parent nicht. Wir kennen die App nicht. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wir wissen nicht, wie es von der Akzeptanz der bei den Mitarbeitern aussieht. Wir wissen auch nicht, wie reagieren die Eltern überhaupt darauf, wenn wir ein Stück weit in Richtung Digitalisierung gehen. Dass wir einfach die Möglichkeit haben, dort etwas aufzubauen, auf das man sich verlassen kann. Und das waren so die Zweifel, die wir am Anfang hatten. Wobei ich möchte auch gleich sagen, diese Zweifel waren eigentlich völlig unberechtigt und die Gedanken hätten uns sparen können. Weil es ist froh, dass wir oder wir sind froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Einfach den richtigen Schritt in die richtige Zukunft mit dem richtigen Partner. Und deswegen glaube ich, passt Kids at Lake auch zu Parent und Parent passt zu Kids at Lake. Reaktion von Eltern gab es. Die Reaktion, die von den Eltern kam, war aber durchweg positiv. Wir haben es am Anfang gemacht als als Blindversuch. Wir haben Eltern freigeschaltet, um auch ein Feedback zu bekommen, wie sie darauf reagieren. Und das war durchweg positiv. Weil die Eltern sagen, ich bekomme Informationen, wie es meinem Kind geht. Ich kann beruhigt arbeiten gehen. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich habe jederzeit die Gewissheit, dass eine Kommunikation zwischen mir und der Kita stattfindet. Und das unheimlich zeitnah. Und das ist das, was uns auch dazu bewegt hat, Parent weiter auszubauen und weiter zu benutzen. Und wir sind gespannt, was in Zukunft noch alles kommt. Weil wir glauben an Parent. zum nächsten Mal.